Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Zwillingsflamme mit Blitzberatung Zwillingsflamme, ja, das gibt. Früher gab es dazu andere Begriffe wie Seelenpartnerschaft oder eine karmische Bindung. Und jetzt nennen wir das als Zwillingsflamme. Ich habe einen eigenen Begriff dazu. Ich bezeichne das als Komplementärseele. Und das hat auch einen Sinn, weil dieses Begriff kommt von Latein und bedeutet Ergänzung, Erfüllung. Ich würde sogar sagen, das ist auch die Befreiung. Alles andere hält uns nur im Leidenskarussell der verlorenen Zeit und hat überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen keine Lernaufgaben oder Arbeit in der Liebe sollen. Wir sollen an uns selbst arbeiten und die Liebe soll die Ergänzung, die Befreiung sein. Und wir sollen jeden Moment genießen in der Liebepartnerschaft. Alles andere hat wirklich keinen Sinn. Manchmal sollten wir etwas aufgeben, dass etwas Neues kommen kann. Und es soll auch die Zwillingsflamme sein. Oder wie ich das bezeichne, Komplementärseele. Dann passt es auch alles. Und ich bin davon fest überzeugt, dass der liebe Gott dafür gesorgt hat. Und jeder Einzelne hat die passende Partner oder die Partnerin. Und das brauchen wir gar nicht suchen, sondern wir sollen das Vertrauen. Aber die Möglichkeiten, die Chancen auch nützen in unserem Leben, im richtigen Moment, im richtigen Ort zu sein. Und da kann ich Ihnen weiterhelfen, diese Momente ausrechnen, berechnen über die Geburtschoroskop. Und ich kann diese Augenblicke auf den Ort vermitteln. Und das ist schon mal ein Vorteil. Aber bitte, bitte, bitte nicht suchen. Vertrauen. Haben Sie Interesse daran, diese Augenblicke im Leben bewusst wahrzunehmen und auch nützen, da die Schritte wagen? Weil das sind die Chancen. Die Schicksal liefert uns diese Möglichkeiten. Vielleicht ist nicht erstes Mal diese Begegnung. Aber wenn der richtige Zeitpunkt da ist, klappt das auch alles. Also nicht daran zweifeln. Sie können diese Termine buchen als Blitzberatung. Wie funktioniert es und was kostet es? Sie schreiben mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Pro Frage, pro Termin, pro Themen kostet 10 Euro. Und ich beantworte diese E-Mails persönlich blitzschnell. Nicht vergessen, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Und ich beantworte diese E-Mail-Adresse. Und ich beantworte diese E-Mail-Adresse. Und ich beantworte diese E-Mail-Adresse. Und ich beantworte diese E-Mail-Adresse.